Dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zum Online-Event Xing schaltet Gruppen ab. Welche Kommunikationsmöglichkeiten bleiben bei Xing? Ja, das ist ein sehr brandaktuelles Thema, denn ab 01.01. gibt es keine Gruppen und auch keine Events mehr bei Xing. Und warum ist das denn überhaupt so? Das möchte ich mal gerne da einsteigen in dieses Thema. Xing hat sich verändert. Xing hat sich entwickelt von einer Networking-Plattform, bei der es darum ging, berufliche Kontakte zu knüpfen, zu networken, hin zu einem Begleiter, zu einem Tool für die Arbeitswelt, für die moderne Arbeitswelt, ein Begleiter für die Karriere. Und ich glaube, das wird aus dem Slogan ganz gut ersichtlich. Wir glauben an eine Arbeitswelt, in der die Menschen sich selbst verwirklichen und ihre Potenziale entfalten. For a better working life. Das ist der neue Slogan, der neue Claim von Xing. Und im Zuge der Neuorientierung hat sich Xing entschieden, Gruppen und Events abzuschaffen. Warum das so ist, brauchen wir hier nicht in Frage zu stellen, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, wenn die Gruppen nicht mehr da sind, was bleibt denn dann überhaupt noch bei Xing? Und das ist erfreulicherweise eine ganze Menge. Um dieses Thema geht es heute und ich möchte euch jetzt mal in die Kommunikation von Xing entführen. Erstmal zu mir. Ich arbeite seit vielen Jahren im Bereich Online-Marketing und habe natürlich auch deshalb sehr, sehr viel mit Social Media zu tun. Bei Xing bin ich Mitglied von Anfang 2004, also da war gerade Xing Oktober 2003, wenn ich mich recht erinnere, gegründet. Und ich habe dann auch relativ schnell meine Gruppe Xing Düsseldorf ins Leben gerufen und bin seit 18 Jahren, ja fast 19 Jahre schon, Moderatorin, habe die Gruppe zu einer der größten Regionalgruppen Deutschlands aufgebaut und bin Ambassadorin von Xing, also Markenbotschafterin. Bin Xing halt ein bisschen verbunden, bin da aber nicht angestellt oder so. Ich habe Bücher zu Xing geschrieben und deswegen beschäftigt mich das Thema natürlich sehr, insbesondere weil mich die Schließung der Gruppen ja auch betrifft. Nun habe ich das Glück, dass wir als Ambassadore eine neue Heimat bei Xing finden. Welche das ist, das werde ich euch nachher noch ein bisschen erzählen. So, bevor wir aber in die Details der Kommunikation bei Xing einsteigen, möchte ich gerne, dass ich nochmal eben einen Blick zu dem großen Blauen, zu LinkedIn werfe. Denn es wird ja immer, oder es kursiert ja so das Gerücht, bei LinkedIn ist alles viel besser, bei LinkedIn ist der Content besser sichtbarer, alle meinen jetzt, sie müssten Xing verlassen und zu LinkedIn gehen. Aber damit möchte ich einfach mal mit einer kleinen Gegenüberstellung aufräumen, denn eigentlich ist fast alles immer noch identisch. Nur der Bereich Gruppen wird ab 2023 bei Xing geschlossen, den gibt es da nicht mehr, den gibt es da nur noch bei LinkedIn, wobei ich sagen muss, dass der Bereich Gruppen bei LinkedIn anders genutzt wird als bei Xing. Während jetzt bei Xing lokale und auch regionale Gruppen sehr punkten, sind es bei LinkedIn halt die internationalen, themenorientierten Gruppen, die im Fokus stehen. Aber der Bereich Gruppen steht nicht so im Vordergrund im Moment, wie es bei den Gruppen bei Xing im Moment ist. Vielleicht wird sich das bei LinkedIn dann ändern, dass die halt denken, wenn jetzt Xing diese Veränderung hat, können wir das, sollten wir das vielleicht auch ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Das kann ja sein. Warum steht denn da jetzt trotzdem noch Events bei Xing, obwohl die ja auch ab 2023 geschlossen werden sozusagen? Jein. Also was geschlossen wird, was nicht mehr existiert, ist der Xing Event Markt. Der Xing Event Markt ist ein sehr herausragender Bereich gewesen, mit dem Xing ein Alleinstellungsmerkmal hat und bis Ende des Jahres noch hat. Und den gab es so auf LinkedIn nie. Was aber trotzdem weiterhin möglich ist, ist natürlich, dass ihr eure Events bei Xing kommuniziert, dass ihr sie postet. Das werden wir gleich noch sehen, an welchen Stellen das möglich wäre. Insofern kann ich sagen, die Kommunikation von Events ist auch im Jahr 2023 bei Xing möglich. So und ansonsten haben wir halt viele Gemeinsamkeiten, so dass, natürlich liegt Teufelchen im Detail, aber ich wollte euch damit einfach auch mal sagen, so ungleich ist das Ganze gar nicht, obwohl sich jetzt beide Business-Netzwerke, also beide Netzwerke gehören zu den Business-Netzwerken, jetzt in komplett unterschiedlicher Richtung entwickeln. Und natürlich ist es richtig zu sagen, LinkedIn ist das richtige Tool für internationale Kontakte und für Content-Creator, also für die Sichtbarkeit von Content, während Xing halt zukünftig der Begleiter durch das Jobleben, durch die Karriere sein wird. Okay, wenn ihr Fragen habt, würde ich euch bitten, die in den Chat zu stellen. Ich habe da auf dem zweiten Monitor einen Blick drauf und würde das dann immer so ein bisschen parallel beantworten. Und wir haben natürlich am Schluss auch noch die Gelegenheit für Fragen. Ich gehe das Ganze hier in der Präsentation durch, weil ich euch so am besten den Fokus setzen kann auf die Dinge, die ich euch zeigen will und wir uns nicht jetzt verlieren, wenn wir online bei Xing dann herumklicken. Das ist so, das müssen wir schauen, ob wir da nachher noch Zeit zu haben. Okay, also dann starten wir mal in den Bereich Kommunikation. Für mich ist Kommunikation etwas, was man aktiv und was man passiv machen kann. Was meine ich damit? Aktiv ist natürlich ein normaler Social-Media-Post. Das geht auch, lernen wir nachher. Aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten der passiven Kommunikation. Das heißt, von Dingen, die ihr in eurem Xing hinterlegen könnt, veröffentlichen könnt, wie auch immer, und dadurch passiv gefunden werden könnt. Also wenn jemand euer Xing-Profil besucht, damit fangen wir an mit dem eigenen Xing-Profil, dann werden hier Informationen gefunden. Deswegen so ein bisschen die Information passiv ist aber auch sehr wichtig, weil damit könnt ihr halt auch viel über euch preisgeben, egal in welcher Karriere-Situation ihr gerade seid, ob selbstständig, ob angestellt. Da gibt es ja unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Herangehensweisen. Okay, wir starten im Profil so ein bisschen von oben nach unten. Und das Erste, worauf wir treffen, weil es sich ganz oben befindet, ist das sogenannte Titelbild. Das Titelbild ist eine Premium-Funktion, ist also nur Premium-Mitgliedern zugänglich. Sorry, dass ich damit starte, aber es ist halt das, was direkt ins Auge springt, wenn man ein Xing-Profil von anderen aufruft oder man das eigene Xing-Profil betrachtet. Basis-Mitglieder haben da so einen grauen Schattenhintergrund und alle Premium-Mitglieder haben die Möglichkeit, ihr Xing-Titelbild zu gestalten. Wozu kann man das nutzen? Also die Möglichkeiten sind sehr umfangreich, beispielsweise für Informationen, zur Visualisierung, für aktuelle Themen. Da gibt es viele Möglichkeiten und das Tolle ist, dass ihr hier auch die Visualisierungsmöglichkeit habt, dadurch, dass ihr eine Grafik erstellen müsst. Ich habe hier noch ein paar Beispiele mitgebracht. Schaut mal hier in dem rechten Bereich. Hier haben wir das oberste Beispiel aus der Eventbranche. In der Mitte haben wir jemanden, der im Vertrieb tätig ist, der sein Titelbild gestaltet hat. Und im unteren Bereich ist das Thema Prozessmanagement visualisiert. Also solche Dinge könnt ihr relativ einfach auch mit eurem Titelbild machen, in eurem Xing-Profil und ist das Erste, worauf jemand trifft, wenn er oder sie euer Profil aufruft. Ja, ihr habt die Möglichkeit, ein Bild zu gestalten. Das könnt ihr mit jedem Grafikprogramm machen. Ich empfehle Canva, ist kostenlos. Ihr könnt euer Logo hochladen, Kontext reinschreiben. Das ist ja für den Anfang, so wie ich es gemacht habe, ja auch relativ easy. Bilder hochladen und könnt das Ganze dann Bikesing hochladen. Ihr solltet die Bildgröße von 1280 mal 624 Pixel verwenden und eure Datei sollte nicht mehr als 20 Megabyte groß sein. Das könnt ihr mit dem Titelbild machen. Als nächstes kommen wir zur Statusmeldung. Die Statusmeldung ist auch im oberen Bereich eures Profils, in der sogenannten Visitenkarte, sichtbar. Und ist ein kleiner Text von, Moment, ich muss mal gerade schauen, 80 Zeichen. Genau, 80 Zeichen ist nicht viel. Aber ihr habt die Möglichkeit, da einen kleinen Text zu hinterlegen, wo etwas ganz Aktuelles steht. Und mit diesem kleinen Text könnt ihr eine kurze Information an eure Leser, eine erste Information könnt ihr dort veröffentlichen, die interessant sein könnte für den Betrachter eures Profils. Und das Coole ist, es gibt auch vorgefertigte Texte. Das zeige ich euch gleich auf der zweiten Seite, wie das aussehen kann. Auf dem rechten Bild seht ihr, wie solche Standardtexte aussehen können. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann habt ihr den Standardtext dort stehen. Bilde mich derzeit weiter oder ist offen für Projekte. Und ihr seht auch, Emojis sind möglich. Was leider nicht möglich ist, es sind Links, sehr bedauerlich. Denn damit könnte man natürlich auch hervorragend, gerade auf ein aktuelles Projekt oder ein Kursus oder ein Event hinweisen. Das geht leider nicht. Aber immerhin, ein kurzer Text ist möglich. Aber viel schöner als so ein Standardtext ist natürlich, wenn ihr individualisiert einen Text reinschreibt, so wie ich das hier oben in dem Bereich gemacht habe. 80 Zeichen, habt ihr da Platz für einen kurzen Text, mit dem ihr passiv kommunizieren könnt. Dann als nächstes will ich gerade mal einen kurzen Einschub machen für die Jobsuchenden unter euch. Es gibt eine Mitgliedschaft bei Xing, die heißt ProJobs. Das ist eine zusätzliche Mitgliedschaft, die so unter 20 Euro im Monat kostet, die man auch kurzzeitig abschließen kann. Und jeder, der einen Job sucht, dem würde ich dieses empfehlen. Weil mit diesem ProJobs-Account hat man dann die Möglichkeit, ganz, ganz viele Informationen zu hinterlegen, unter denen man gefunden werden kann. Nämlich natürlich sind bei Xing, gerade jetzt, wo die Weiterentwicklung ist Richtung Karrierebegleiter, Karriere-Tool, sind dort ganz viele Arbeitgeber, Recruiter, Headhunter unterwegs, die euch suchen, die Fachkräfte natürlich gerade händeringend suchen. Und mit den Informationen, die ihr dort hinterlegt, wo halt steht, was ist eure Wunschposition, euer Wunschtätigkeitsfeld, wo möchtet ihr arbeiten, was ist eure Gehaltsvorstellung und wie ist die Reisebereitschaft. Sowas könnt ihr alles hinterlegen. Übrigens, keine Sorge, euer Chef kann das nicht sehen. Das ist mit Sicherheitseinstellungen, kann man das unterbinden. Dann als nächstes möchte ich euch den Bereich über mich vorstellen. Über mich ist dann, wenn wir weitergehen, im Xing-Profil sieht der Betrachter dann so ein bisschen im ersten Drittel vielleicht noch, ist ein freier Text, bestehend aus tausende Zeichen Text, wo ihr auch Informationen zu eurer Expertise beispielsweise hinterlegen könnt. Also dafür ist das ganz gut geeignet, damit man euch besser kennenlernt in einem individuellen Text. Dieser Text ist hier wirklich nur Plain-Text, also keine Links, keine Bilder, einfach nur Text. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das mal ein bisschen weiterentwickelt wird und man zumindestens auch hier die Möglichkeit hat, Links zu hinterlegen. Aber immerhin habt ihr die Möglichkeit, dort etwas zu beschreiben, was euer Profil natürlich sehr viel übersichtlicher macht und wo ihr dann einfach auch gefunden werden könnt und der Betrachter viel über euch erfährt. Und auch hier könnt ihr diesen Bereich nutzen für aktuelle Themen. Wenn ihr gerade irgendwie etwas Wichtiges zu kommunizieren habt, nehmt das auch und schreibt es da rein. Dann kommen wir zum Portfolio. Das Portfolio ist eigentlich einer meiner Lieblingsbereiche im Xing-Profil, denn ihr habt dort die Möglichkeiten, quasi wie in einer kleinen Website, wie auf einer kleinen Website, so einen One-Pager, ganz viele Informationen über euch zu hinterlegen. Leider hat das Portfolio auch einige Schattenseiten, die ich gleich noch erzählen werde. Aber erst mal zu den Vorzügen. Ihr habt wirklich hier die Möglichkeit, wie in so einem kleinen Web-Baukasten, kleine Elemente zu erstellen. Beispielsweise habt ihr die Möglichkeit, Überschriften, Texte, Grafiken, klein oder groß, Links, Videos zu hinterlegen und diese Elemente miteinander zu verschieben. Also das ist jetzt aus meinem Portfolio nur ein ganz kleiner Bereich. Das geht noch sehr viel weiter runter. Ihr habt da viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt gerne mal mein Portfolio aufrufen. Ich habe euch hier den Link reingestellt. Und den Link habe ich jetzt nicht nur hereingestellt, damit ihr mein Portfolio mal als Muster anschauen könnt, sondern auch, um euch zu zeigen, dass das Portfolio eine eigene URL hat, also eine eigene Web-Adresse, die so der eine oder andere, das eine oder andere Xing-Mitglied tatsächlich auch nutzt, um statt einer eigenen Website. Also diese Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht keine eigene Website haben, aber halt ihr Xing-Profil kommunizieren wollen, direkt hier den Slash und am Portfolio dranhängt und dann die Leute dann hier direkt da auf diese Informationen schickt. Was ist negativ am Portfolio? Nicht so schön. Ja, leider ist dieses Tool technisch ein bisschen, wie soll ich sagen, veraltert oder fehlerhaft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein bisschen anstrengend, damit zu arbeiten, denn diese Elemente, wann immer man in eine Bearbeitung hineingeht, die verschieben sich dann meistens sehr willkürlich und dann hat man wieder Mühe, alles wieder in die richtige Form zu bringen. Da habe ich nur einen kleinen Tipp dabei, macht euren Browser nicht auf breit, auf komplette Breite, sondern schiebt den ein bisschen zusammen, sodass das Portfolio gerade so zu sehen ist. Da kommt dieses Tool ein bisschen besser mit klar. Ich würde mir sehr wünschen, dass Xing diesen Bereich modernisieren würde, verbessern würde, optimieren würde. Aber irgendwie glaube ich, dass eher so ein bisschen das Damoklesschwert darüber schwirrt, dass vielleicht das Portfolio irgendwann mal durch etwas Neues, Moderneres ersetzt wird. Das ist, glaube ich, heutzutage einfacher, als wenn man in einer alten Technik etwas optimiert. Aber da kann ich nichts zu sagen, wie das weitergeht. Im Moment gibt es das Portfolio noch und deswegen könnt ihr das nutzen. Und gerade schön ist halt die Möglichkeit, dass ihr hier Grafiken hinterlegen könnt, dass ihr Video-Links reingeben könnt und ihr könnt sogar PDFs hinterlegen. Also, das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, hier eine Firmenbroschüre zu hinterlegen, die man direkt herunterladen kann oder ein White Paper oder eine Preisliste. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt im Portfolio. Blöderweise ist das Ganze sehr, sehr weit unten angeordnet. Sehr schade, dass Kring da halt nicht so den Fokus drauf legt. Aber wenn sich jemand für euch interessiert, dann wird er auch über euer Portfolio dann stolpern. Ja, schreibt es mal gerne in den Chat. Wer von euch ein Portfolio nutzt und wie ihr damit klarkommt, würde mich interessieren. Ich mache in der Zwischenzeit mal weiter und komme jetzt zu meinem Lieblingsbereich. Dies fand ich hier noch nicht. Ja, okay. Ich habe hier so einen kleinen Xing-Hack für euch, den viele nicht kennen und den ich total gerne mag. Er ist ganz unscheinbar und möchte euch kurz erklären, worum es sich da handelt. Also wir befinden uns noch in euren Profilen und ihr seht, dass hier auch ganz weit unten befindet sich hier so eine Leiste. Hier ist das Portfolio, was wir eben gesehen haben und rechts daneben rot eingekreist weitere Profile im Netz. Und dort könnt ihr verschiedene Links hinterlegen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich möchte auf den Bereich RSS-Feeds eingehen. RSS-Feeds sind eine XML-Technologie, mit der ihr Neuigkeiten sichtbar machen könnt. Also eigentlich eine ziemlich alte Technologie, die heutzutage nicht mehr so sehr benutzt wird, aber sie gibt es halt und sie funktioniert sehr gut. Man kann das besonders gut erklären anhand zum Beispiel eines Blogs. Wenn ihr also einen Blog betreibt oder Mitarbeiter eines Unternehmens seid, was einen Unternehmensblog hat, dann hat dieser Blog meistens ein RSS-Feed. Also ein RSS-Feed heißt, dass dann beispielsweise hinter dem Namen der URL slash Feed steht. Also zum Beispiel alle WordPress-Websites, die haben das so automatisch drin, in den ganzen Baukästen. Und ja, wer eine individuelle Website hat, dann ist das meistens dann auch mitentwickelt worden, existiert, halt so angelegt worden. So, und was passiert jetzt? Wenn man beispielsweise auf dieser Website, die gar nichts mit Xing zu tun hat, sondern auf dieser fremden Website, auf diesem Blog, ein neuer Artikel veröffentlicht wird, ein neuer Blogbeitrag veröffentlicht wird, dann sorgt dieser RSS-Feed dazu, in einem Feed-Reader diesen neuen Beitrag anzuzeigen. Und zwar immer an oberster Stelle. Da ist dann der Titel, da ist der Link, da ist eine kleine Beschreibung, da ist ein Beitragsbild, wie wir das hier auch sehen, an den drei neuesten Beiträgen sozusagen, dieses Blogs. Und das ist schon mal an sich halt einfach eine coole Sache. Das heißt, an einer externen Stelle passiert etwas, etwas Neues wird veröffentlicht, Content wird veröffentlicht und in eurem Profil, in eurem Profil, in diesem RSS-Feed wird das angezeigt. Das heißt, die Besucher eures Xing-Profils sehen diese neue Veröffentlichung, einen Blogbeitrag zum Beispiel oder ein Studio oder was auch immer das sein kann. Also sehen das halt beim Besuch eures Profils. Das ist an sich schon eine coole Sache, weil es halt automatisch passiert. Aber da setze ich noch einen oben drauf, nämlich dieser neue Blogbeitrag, der wird nicht nur an dieser Stelle in eurem Profil veröffentlicht, sondern der wird auch automatisiert als Social-Media-Post bereitgestellt. Das zeige ich euch jetzt mal an dem nächsten Screenshot. Zum Beispiel hier ist es so, also dieser Blogbeitrag ist veröffentlicht worden und kommt durch diesen RSS-Feed-Technologie dann als Post in euer Profil, also als wenn ihr das postet und wird dann automatisch oder kann von all euren Kontakten auf deren Startseite gesehen werden. Das heißt, wenn fremde Menschen ihre Startseite aufrufen, kann es sein, dass die diesen euren automatisch veröffentlichten neuen Blogbeitrag sehen, obwohl ihr da nichts für tun müsst. Es ist also ein Automatismus hinter, der für Sichtbarkeit sorgt, der für Content, für mehr Content sorgt und probiert es mal aus. Also wer einen Blog hat oder ihr nehmt den Blog eures Unternehmens, ist eine coole Sache, um an Content zu kommen. Okay. Nutzt das jemand von euch? Mal fragen in die Runde. Keiner? Okay. Kann gerade hier nur ein paar Leute sehen, ne? Genau. Okay. Ja. Das waren soweit die Sachen in eurem Profil. Das heißt, ziemlich viele passive Sachen, passive Kommunikation. Aber halt sowas wie hier ist auch durch diese Technik zu einer aktiven Kommunikation geworden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die direkte Kommunikation. Im Fokus von Xing steht und stand natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man anderen Xing-Mitgliedern Nachrichten schreiben kann. Ja, das wird auch weiter so bleiben. Das wird auch weiterhin so sein. Es ist immer noch ein Business-Netzwerk und insofern steht diese Funktion auch, ist sehr prominent. Und da ist auch noch was Schönes dazugekommen aktuell. Wir schauen erst mal auf das, was ihr bestimmt alle kennt, den Bereich Nachrichten. Das ist einer der Hauptpunkte bei Xing. Das ist eine Nachrichtenübersicht. Das heißt, ihr seht links eure, die Menschen mit den Überschriften neuesten Nachrichten und rechts den Text. Und das heißt, ihr könnt anderen Menschen Texte schreiben. Ihr könnt PDFs versenden. Ihr könnt Grafiken kommunizieren. und habt die Möglichkeit, so mit anderen Menschen zu schreiben. Dieser Bereich Nachrichten ist für Basismitglieder. Gibt es den auch. Dann könnt ihr allerdings nur euren Kontakten schreiben. Und wenn ihr Premium-Mitglied seid, dann könnt ihr auch nicht Kontakten schreiben. Also ich nutze das eigentlich immer, bevor ich jemandem eine Kontaktanfrage stelle, erst mal so in Kommunikation mit einer Person zu treten. Das finde ich irgendwie höflicher. Okay. Also dieser Bereich, der bleibt natürlich. Direkte Kommunikation ist eine der Basisfunktionen von Xing. Aber es gibt auch noch was anderes Schönes. Und zwar auch in dem Bereich Nachrichten könnt ihr auch Gruppenchats, also könnt ihr so ein Gruppenchat schreiben. Also dieser Bereich Nachrichten, der ist auch so ein bisschen modernisiert worden. Der läuft so ein bisschen so im Chat-System an. Deswegen habe ich da Chat zugeschrieben. Aber im Bereich Gruppenchats, wer von euch vielleicht WhatsApp-Gruppen kennt, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das Ganze abläuft. Das heißt, ihr könnt im Nachrichtenbereich mit mehreren Leuten zusammen Content austauschen. Also was schreiben oder Bilder veröffentlichen, Links veröffentlichen, PDFs teilen. Und zwar bis zu 100 Personen. Und damit wird dieser Bereich richtig attraktiv und ist so ein kleines, kleiner Ersatz für die wegfallenden Gruppen. Zumindest, wenn man die Teilnehmer untereinander kennt. Das könnte beispielsweise sein, in einem Unternehmen abteilungsübergreifend, wenn man kein eigenes Chat-System hat im Unternehmen, könnte man Xing nutzen. Oder Teilnehmer eines Seminars, Webinars, die zusammen kommunizieren wollen, haben hier auf Xing dann die Möglichkeit mit 100 Leuten. Also es ist eine coole Sache, es einfach zu bedienen. Im Nachrichtenbereich habe ich es euch ein bisschen visualisiert. Einfach auf neue Gruppenunterhaltung klicken und dann könnt ihr hier verschiedene Personen hinzufügen. Ja, Monika fragt gerade, kann ich mehrere Gruppen machen? Ja, so viele du willst. So viele du willst und unterschiedliche Dinge. Also du kannst auch eine und dieselbe Person in x Gruppen mit einbinden. Also das ist genau wie bei WhatsApp, ist das ja auch so, kann man ja auch in verschiedenen Gruppen sein und Überschneidungen haben. Und ja, das probiert es mal aus. Das ist, war eine Zeit lang abgeschaltet, ist jetzt wirklich seit wenigen Wochen wieder da und finde das sehr passend, dass es jetzt gerade kommt, wo die Gruppen wegfallen. Haben wir also so einen kleinen Ersatz. Okay. Als nächstes, in dem Bereich direkte Kommunikation möchte ich auch nochmal auf die Kontaktanfrage nochmal da eingehen, weil das ja auch ein wichtiger Bereich ist. Kontakte, also mit der Kontaktanfrage fügt ihr Menschen eurem Business-Netzwerk hinzu und wer verkontaktet ist, sieht halt auch das, was der andere Mensch tut, besser oder kriegt dessen Content vorgeschlagen. Also das ist schon interessant, wenn ihr Menschen, mit denen ihr näher verbandelt seid oder geschäftlich zukünftig mehr zu tun haben wollt, diese Personen dann auch zu eurem Netzwerk hinzuzufügen. Wenn ihr Basismitglied seid, dann könnt ihr einfach aufs Knöpfchen drücken und habt eine Kontaktanfrage gestellt. Wenn ihr Premium-Mitglied seid, dann gibt es die Möglichkeit, noch eine Nachricht dazu zu schreiben. Und das finde ich immer höflich und finde das einfach nett, wenn man da noch einen kleinen Text dazu schreibt. Das ist zum Beispiel etwas, was mich bei Facebook total stört. Da kriegt man irgendwelche Freundschaftsanfragen und oftmals weiß ich gar nicht, wer diese Menschen sind und ob ich die überhaupt bestätigen will. Und mit so einer Nachricht macht man das Ganze natürlich etwas seriöser. Ich finde, das gehört einfach zu einem Business-Netzwerk dazu. Übrigens seht ihr hier auf dem Bildschirm oben links an dem Screenshot auch, wie so ein Titelbild aussieht für Basismitglieder, wenn das nicht gestaltet ist. Dann ist das einfach nur so grau, grauer Hintergrund. Okay, das war das Thema direkte Kommunikation. Gibt es bis dahin irgendwelche Fragen? Könnt ihr gerne noch mal beilegen. Wir werden da gleich noch gerne weiter darüber diskutieren, über alles. Als nächstes möchte ich auf den Bereich Xing-Posts eingehen. Xing ist in erster Linie natürlich ein soziales Netzwerk, ein Social Media. Und insofern kann Xing auch genau das, was alle anderen Social Media können, nämlich man kann Content, Inhalte, Informationen, Nachrichten posten und das kann auch Xing. Und ja, insofern ist Xing natürlich auch ähnlich zu sehen wie Facebook, wie LinkedIn, wie Twitter. Also man kann da ganz normal posten. Und zwar funktioniert das so, dass ihr praktisch, wenn ihr auf eure Startseite geht, das Erste, was erscheint, wenn ihr Xing aufruft, ist die Startseite. Und dort gibt es, bevor hier unten drunter, wo ich jetzt den Screenshot abgeschnitten habe, weitere Informationen kämen, gibt es dieses Feld, was gibt es Neues. Und da könnt ihr euren Content reinpusten. Eure Texte, Links, Bilder, das ist alles möglich und habt dann damit die Möglichkeit, dass, wenn ihr das dann abschickt, dass ein Post dann euren Kontakten dann auf deren Startseite erscheint. Und diese Posts können ganz normal geliked werden, kommentiert werden, geteilt werden. Hier im rechten Bereich habe ich euch das mal reingestellt. Und wie in jedem Social Media Tool ist es so, wenn ihr eine URL, also eine Link postet, dass sich Xing automatisch aus den im Originalbeitrag hinterlegten Informationen dann automatisch das Beitragsbild, den Titel, den Text hier entsprechend zieht, so wie das hier in dem Beispiel war. Also da ist dann einfach der Link und dann zieht Xing sich automatisch diese Informationen, wenn sie denn technisch hinterlegt sind. Ja, und was ich euch an dieser Stelle noch mal ans Herz legen möchte, das gibt es auch noch nicht so lange bei Xing, bei allen anderen Social Media, schon sehr, sehr lange, muss man ja, muss man fairerweise sagen und kritisch betrachten auch, ist der Bereich, dass ihr andere Kontakte zaggen könnt. Was heißt das und was verbirgt sich dahinter? Wir können, also wenn ihr in diesem Bereich, was gibt es Neues seid, was reinschreibt, könnt ihr andere Xing-Mitglieder, die eure Kontakte sind, mit in diese Kommunikation integrieren, indem ihr indem ihr das Ad-Zeichen, also den Klammeraffen verwendet und danach den Namen eures Kontaktes anfangen, langsam zu schreiben, dann kommt eine Liste, die in Frage kommen, jeden Buchstaben verringert sich diese Liste und dann könnt ihr auf diese Person klicken, die dann entsprechend dort hinterlegt ist und diese Person ist dann sozusagen einmal verlinkt und sie erfährt, dass sie in eurem Beitrag erwähnt worden ist. Also nehmt mal an, ihr habt einen Podcast gemacht mit einem Interviewpartner und möchtet den Namen dann hier verlinken und das ist dann halt prima, weil ihr habt da viele Möglichkeiten mit. Durch diese Verlinkung ist natürlich eurer Post interessanter, weil andere kennen vielleicht den Namen wenn das ein bekannter Mensch ist oder zumindest habt ihr die Chance jemanden hineinzuziehen in die Kommunikation. Also probiert es mal aus, das gibt es jetzt seit einiger Zeit mit dem Klammeraffen dann andere Leute zu taggen. Neu in den persönlichen Posts, ganz brandneu sozusagen sind Umfragen. Mit Umfragen könnt ihr eurer eurem Netzwerk, eurer Community sozusagen dann halt Fragen stellen. Bis sieben Tage ist es möglich, ihr könnt verschiedene Antwortoptionen hinterlegen, eine Frage stellen und ja, das halt auch mal ausprobieren, ob das funktioniert in eurem Netzwerk, dass ihr dafür interessante Informationen bekommt. Okay, neben den Posts in eurem persönlichen Profil gibt es Posts auf der Unternehmensseite. Jetzt würde mich gerne mal wissen, wer von euch hat eine Unternehmensseite? Viele haben nämlich gar keine. Was sehr schade ist, weil eine Unternehmensseite einfach noch einen zusätzlichen Fokus auf euren Unternehmen wirft, egal ob ihr selbstständig seid oder ob ihr angestellt seid und für ein Unternehmen tätig seid. Also eigentlich sollte jeder, der auf Xing aktiv sein sollte, auch eine Unternehmensseite betreiben. Die gibt es kostenlos und die kann sozusagen aufgedockt werden auf euer Profil beziehungsweise wenn ihr in einem größeren Unternehmen arbeitet, dann funktioniert das ein bisschen anders. Dann kann man da auch die Administratoren bestimmen, wechseln. Aber sagen wir mal, für Kleinunternehmer ist das wichtig, eine Unternehmensseite zu haben. Denn gerade jetzt mit der Entwicklung von Xing als Arbeitgeber-Tool, als Karriere-Tool ist es unfassbar wichtig, dass ihr auch als Arbeitgeber, als Unternehmer auf Xing präsent seid. Und diese Unternehmensseite bei Xing, diese kostenlose, ist einfach toll, weil ihr da einmal natürlich die Informationen über euer Unternehmen hinterlegen könnt, auch die Mitarbeiter des Unternehmens hinzu doggen könnt. Aber was einfach klasse ist, ihr habt auch kostenlos die Möglichkeit, Nachrichten, also Posts, Social Media Posts zu hinterlegen. Was gibt es Neues in eurem Unternehmen? Und darüber habt ihr auch die Chance, aktuellen Content zu kommunizieren, der auf der Unternehmensseite noch mal mehr fokussierter ist als in einem persönlichen Profil. Macht es auch gerne doppelt, also was ihr im persönlichen Profil postet, könnt ihr auch auf der Unternehmensseite posten. Und wer die Unternehmensseite besucht, sieht dann alle News untereinander und man kann einem Unternehmen folgen. Und was auch möglich ist, ihr habt die Chance, dass ihr auch Videos hochladen könnt und nicht nur eine Verlinkung zu YouTube, sondern halt auch die Formate AVI, MOVE oder MP4 bis 5 Gigabyte, also kleine kurze Videos könnt ihr auch hochladen auf eure Unternehmensseite. Auch nochmal eine coole Möglichkeit, zeitgemäß zu kommunizieren. Hat jemand eine Frage zum Bereich Unternehmensseite? Okay. Monika, Entschuldigung, ich habe, ähm, ähm, wie finde ich die? Also, wie mache ich die? Gibt es da irgendeinen Trick? Muss ich da irgendwo besonders hindrücken? Ja, im oberen Bereich rechts, wo du deine Einstellungen eintragen kannst, kannst du deine Unternehmensseite anlegen. Alles klar, danke. Gut, so, was haben wir dann noch? Wir haben noch als Kommunikationsmöglichkeit den Bereich Xing News. Was sind die Xing News? Das ist, ähm, einfach erklärt, das ist eine Sammlung von Fachartikeln, von Branchen, Leitmedien und von Experten. Und dieser Xing News Bereich ist ein, ähm, wahnsinnig interessanter Bereich, weil mit diesen News, die von Publishern veröffentlicht oder kuratiert werden, habt ihr die Möglichkeit, immer up-to-date zu sein in eurer Branche, zu euren Themen. Ihr könnt, äh, die Bereiche abonnieren und, ähm, bekommt dann auch per E-Mail die Informationen, was es, was es Neues gibt aus den Bereichen, für die ihr euch interessiert. Und könnt die auch jeden Tag lesen. Also, ich lese jeden Tag, ähm, mit meiner Xing App, die neuesten News aus meiner Branche. Ich mache das mit der Xing App, weil ich das sehr schön finde, ne, vielleicht möchte ich auch an der Stelle nochmal gerade auf die Xing App eingehen, die auch vor einem Jahr ungefähr neu gelauncht wurde und auch so sehr modern euch die Möglichkeiten bietet, euch zu informieren, auszutauschen, auch zu kommunizieren. Ja, also der Bereich Diskussionen und Kommentare bei Xing News, denn an dieser Stelle habt ihr auch die Chance zu kommentieren, Interaktionen zu machen, die Inhalte kommen von anderen, von Experten beispielsweise oder von Medien, aber ihr könnt halt den Bereich dann auch, könnt da diskutieren. Das ist auch sehr spannend und sicherlich sehr viel zielorientierter als in Xing-Gruppen, denn leider muss man sagen, dass in den letzten Jahren die Xing-Gruppen, dass so eine Kultur, eine Diskussionskultur völlig aus der Mode gekommen zu sein scheint, sondern Menschen nutzen die Xing-Gruppen gerade dafür, um ihren Spam abzuladen, also einseitig nur zu posten, was sie interessiert, aber gar nicht eine Social-Media-Interaktion mit anderen Beiträgen zu tun. Und das ist hier in dem Bereich News natürlich dann möglich, indem ihr mit anderen Menschen gezielt fachlich diskutiert. Ich schaue mal, wir schauen mal hier in den Bereich rein. Das ist eine Übersicht der Themen, eine kleine Übersicht, also es geht noch sehr viel weiter, nach unten gibt es verschiedene Bereiche. Und wenn ihr euch beispielsweise für den Bereich Automobil Top News des Tages interessiert, dann könnt ihr diesem Bereich folgen und kriegt dann diese Inhalte mehr ausgespielt. Neben den Themenseiten gibt es auch die sogenannten Insider. Und zwar sind das Experten, ihr seht da jetzt niemand, weil ich das stark verkleinert habe, das ist auch nur ein klitzekleiner Teil, es gibt glaube ich im Moment 300. Übrigens kriegt ihr die Präsentation, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, damit ihr euch die Links dann auch nochmal anklicken könnt und das nochmal in Ruhe durchgehen können. Also das sind Experten, die von Xing ja als Insider sozusagen freigeschaltet sind und die auf Xing ihre Informationen in ihre Inhalte veröffentlichen und das ist hochwertiger Content, weil das sind Experten, die dann halt wirklich hochwertige Beiträge schreiben. Ich bin auch ein Insider für den Bereich digitale Sichtbarkeit und Insider könnt ihr abonnieren und bekommt dann auch deren Content ausgespielt und könnt dort auch mit interagieren, kommentieren, liken, teilen. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht. Ich habe zu diesem Vortrag, den ich heute halte, als das herausgekommen ist, dass die zehn Gruppen schließen, ich glaube, das war im August, habe ich einen Blogbeitrag geschrieben und der ist also, dann hat hier 68 Likes und 56 Kommentare und das kann man hier jetzt sehen und man könnte jetzt hier draufklicken und dann auch mitdiskutieren oder das liken und da so reingehen in die Tiefe. Also das ist auch eine Möglichkeit, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und auch interessante Menschen kennenzulernen und deren Sichtweise und dann vielleicht das Xing-Profil zu besuchen und mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Also auch ohne Gruppen ist das möglich. Wie geht es weiter mit Xing-Düsseldorf? Das wollte ich euch noch kurz erzählen. Ja, also auch Xing-Düsseldorf als Gruppe schließt, aber wir bekommen eine neue Heimat und das wird dann so ähnlich aussehen wie dieser News-Bereich. Also wir bekommen eine sogenannte Topic-Page, also speziell ich bekomme jetzt die Topic-Page Xing-Düsseldorf und werde dann halt auch unter der Rubrik Ambassador-Gruppen oder Ambassador-Pages werdet ihr dann halt auch die ganzen Ambassadore finden können und darüber werde ich auch dann weiterhin meine Events anbieten können und auch Informationen rund um Düsseldorf oder um meine Themen zu kommunizieren. Das Ganze ist gerade in Arbeit. Ich hoffe, ich hoffe, dass das dieses Jahr ja, ich bin eigentlich fast sicher, dass das dieses Jahr noch freigeschaltet wird und wir das ein bisschen probieren können schon, bevor die Gruppen abgeschaltet werden. Insofern werde ich euch mit meinen Events weiter auch begleiten. So, das waren meine Tipps zur Xing-Strategie. Ja, wenn ihr noch ein bisschen mehr aus Xing herausholen wollt und eure Strategie umsetzen wollt, dann sprecht mich gerne an. Würde ich mich drüber freuen.